Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Express. Heute das erste Mal mit richtigem Code. Und zwar wollen wir heute erstmal natürlich das Projekt aufsetzen und einen kleinen, sehr grundlegenden Server in Express schreiben. Und den hätten wir natürlich auch mit Node, mit reinem Standard-Node schreiben können. Aber ja, mit Express ist es halt deutlich einfacher. Das will ich euch heute kurz zeigen. So, wir haben hier erstmal ein absoluter leeres Directory. Das heißt, da ist gar nichts drin. Und wir erstellen uns jetzt hier einfach mal ganz kurz, damit wir irgendwas da drin haben. Eine neue Datei. Und die nenne ich einfach mal Express... My Express Server. So. Und der ist jetzt im Endeffekt, naja, natürlich am Anfang leer. Was wir jetzt hier allerdings machen wollen, ist natürlich, wir wollen das Ding nicht im Frontend laufen lassen. Sprich, wir binden das nicht in irgendeine Webseite ein. Sondern das ist Backend JavaScript. Und Backend JavaScript läuft eigentlich immer auf Basis von Node. Nicht auf Basis von reinem JavaScript. Und dazu brauchen wir natürlich erstmal Node Support. Deswegen, lasst uns mal hier kurz ins Terminal gehen. Und hier einmal eben NPM laufen lassen. Das heißt, wir brauchen ja hier erstmal, naja, eine grundlegende Konfiguration. Das heißt, wir kennen das Ganze schon aus der Package.json wird im Endeffekt der Rest. Das heißt, Abhängigkeiten, wie kann ich das Ganze starten und so weiter und so fort. Und was wir machen am Anfang ist einfach ein NPM-Init. Ihr könnt natürlich hier auch einfach zum Beispiel über WebStorm das Ganze für euch erstellen lassen. Das ist auch völlig fein. Und ja, wir können hier einfach, also ich, wobei Package Name, SRC ist vielleicht doof. Mein Ordner heißt SRC, weil er im selben Ordner drin ist, wie die ganzen Videos. Nur halt in einem Unterordner. Da würde ich jetzt einfach mal Express Tutorial sagen. Das ist, glaube ich, vielleicht sinnvoller. Ja, natürlich. Express Tutorial. Reine Gewohnheitssache, dass ich das immer groß schreibe. So, Version 1.0 ist in Ordnung. Description passt. Entry Point ist in Ordnung. Test Command, ja, passt. Brauchen wir erstmal nicht. Git Repository haben wir auch noch. Keywords keins. Author keins. License ist okay. Und dann machen wir einfach mal okay. So, was jetzt passiert ist, ist, wir haben hier drüben eine Package.json bekommen. Und das ist im Endeffekt alles, was wir jetzt für den Anfang brauchen. Jetzt können wir nämlich das Ganze theoretisch zumindest mal laufen lassen. Jetzt haben wir hier natürlich noch irgendwie kein Skript, um das Ganze wirklich laufen zu lassen. Wir haben noch nichts hier drin. Deswegen gehen wir hier einmal ganz kurz her. Und was wir vor allem brauchen, wenn wir mit Express arbeiten wollen. Wer hätte es gedacht? Wir müssen Express installieren. Das heißt, npm install express. Und dann kommt die Abhängigkeit direkt rein. Das dauert nicht lange. Und wir sehen, dass das Ganze hier dann auch natürlich in den Abhängigkeiten festgehalten wird. Wir arbeiten aktuell mit der Version 4.17. Aber es sollte keine allzu großen Änderungen geben an den Dingen, die ich euch hier zeige. Selbst wenn Express auf eine größere Version dann irgendwann upgradet. Okay. Ja, und jetzt können wir hier eigentlich schon starten. Wenn wir jetzt das Ganze hier als Express Server laufen lassen wollen, dann könnt ihr euch das vorstellen wie ein kleiner HTTP Server. Also, im Endeffekt kann ich natürlich hier auch, wie gesagt, mit reinem, purem Node hergehen und HTTP requieren. Das heißt, ich kann hier einfach hergehen und require von HTTP machen. Das ist ein Modul aus Node selber. Das kommt quasi vorinstalliert mit. Das brauchen wir nicht. Und damit kann ich natürlich alles machen. Express macht das Ganze aber ein bisschen einfacher. Weil Express euch natürlich noch so viel mehr Standardfunktionalität mitgibt, die halt HTTP nicht unterstützt. HTTP zum Beispiel, wenn ihr da einen Server baut, dann müsst ihr euch selbst um die Header kümmern. Ihr müsst euch selbst um den Statuscode kümmern und so weiter und so fort. Das macht Express alles für euch. Und deswegen machen wir es uns, wie gesagt, einfach. Wir nehmen hier einfach constexpress ist gleich require express. So. Und ja, das ist eigentlich so die wichtigste Zeile. Was heißt die wichtigste Zeile? Aber das bedeutet im Endeffekt, hey, wir arbeiten mit Express. Express selber, können wir uns übrigens eigentlich mal ganz kurz angucken, fällt mir gerade so auf. Express selber, das sind die ganzen Abhängigkeiten von Express. Express, was wirklich viele sind. Aber hier an sich ist Express. Und hier in der Index.json wird die LibExpress exportiert. Und die LibExpress wiederum, die exportiert euch. Wo ist der Standard Export? Hier. Export ist gleich module.export ist gleich create application. Das ist diese wunderschöne Funktion hier unten. Das heißt, create application ist das, was ihr bekommt, wenn ihr hier drüben schreibt require express. Dann ist in Express drin diese create application. Das ist eigentlich eine Funktion, die wir hier haben. Und im Endeffekt macht die genau halt das. Was das genau ist, sei es drum. Aber wir wissen jetzt, wir haben hier eine Funktion. Und wir wollen jetzt eigentlich hier auch eine, naja, eine App eben bauen. Wir wollen ja aus create application nicht die Funktion haben, sondern im besten Fall die App. Okay, also hier drin könnten wir jetzt theoretisch sagen, wir machen hier noch Klammern rein, damit wir die Funktion direkt aufrufen. Das ist ein bisschen weird bei Express. Aber wir können hier auch ganz einfach hergehen und sagen, const app ist gleich Express, Klammer, Klammer. Denn Express ist ja eine Funktion, das wissen wir ja jetzt. Und damit haben wir schon tatsächlich diese App erstellt. Also die baut es quasi so eins zu eins für uns, ohne dass wir hier irgendwelche Sachen machen müssen. Also das ist im Endeffekt der Aufruf an die create application Funktion. Und ja, die returnt uns am Ende die App. Was genau die App macht, nicht so wichtig für den Moment, machen wir irgendwann anders. So, und wenn wir jetzt hier einen Server bauen wollen, dann bedeutet das normalerweise immer, wir wollen, dass dieser Server irgendwie Daten oder Dateien oder irgendwas über HTTP, über das Protokoll HTTP übermittelt. An der Stelle, wie gesagt, nochmal hier kurz der Verweis an meine Netzwerktechnik-Playlist, die ihr euch angucken könnt. Dann habt ihr vielleicht ein bisschen tieferes Verständnis. So, jetzt aber grundsätzlich erstmal folgendes. Wie rufe ich so ein Ding eigentlich auf? Naja, ich kann einfach hier mit app.all kann ich mir einstellen, dass ich wirklich alle Aufrufe entgegennehmen möchte. Und zwar alle Aufrufe, sagen wir einfach mal wirklich alle. Das heißt, der Pfad ist ein Stern. Dann zu dem Pfad kommen wir noch. Das sind die sogenannten Routen. Und ja, da kann ich im Endeffekt angeben, ey, ich möchte gerne nur die normale Route haben oder ich möchte Hallo Welt als Ausgabewert haben oder, oder, oder. Aber für den Moment wollen wir tatsächlich einen Pfad haben, der alles entgegennimmt. Anschließend sagen wir hier, anschließend sage ich erstmal hier hinten dran das Semikonon, damit ich es nachher nicht vergesse. Und anschließend sagen wir hier, wir wollen zwei Argumente verarbeiten. Der Request und die Response, ja. Das heißt, der Request ist erstmal, also wie gesagt, dieser Request-Handler können wir erstmal ignorieren, quasi, was da drin steht. Denn wir haben hier normalerweise, das ist so der Standard, man nennt das immer Rec und Res. Ah, jetzt besser, ich musste niesen, sorry. Ähm, werde ich nachher rausschneiden. Okay, also Request und Response. Request ist im Endeffekt das, was reinkommt. Response ist das, was rausgeht, ja. Das heißt, ich kann hier quasi lesen, ey, von wem ist das Ding? Äh, was genau haben die für einen Browser? Was genau haben die für eine IP-Adresse? Das steht alles in Request drin. In Response wiederum steht drin, was ich, oder soll reinkommen, was ich am Ende wirklich abgeben möchte. Und das wird intern bei Express auch mit dem HTTP-Modul gemacht. Das hat da sehr viele Ähnlichkeiten. Oh, wow, das ist fett geworden. Ähm, sehr schnell, sehr dick geworden. Okay, ähm, das möchte ich hier vielleicht kurz so machen. So, also im Endeffekt, Rec ist der Request, Res, Response. So, ähm, und genau, jetzt für einen einfachen Server kann ich einfach sagen, okay, ich mach jetzt folgendes. Ich sage hier Res.Send. Damit kann ich ganz einfach irgendwelche Antworten übermitteln. Das heißt, ich kann hierher gehen und zum Beispiel sagen, ähm, zum Beispiel einfach in ganz normalem HTML, machen wir hier, oh, ups, dankeschön. Ähm, machen wir einfach mal Hallo Welt. Ne, Hallo Express sagen wir natürlich. Wir sind ja hier im Express. Okay, und was ich jetzt mache ist im Endeffekt, ich sende das einfach so zurück. So, theoretisch, und das ist jetzt der Unterschied zu HTTP von, von Node, ähm, wären hier oben noch die Header, ja, Header. Und hier unten wäre noch, ähm, das, das Ende sozusagen von unserem Request. Also, ich nenne es jetzt einfach mal End. Und die sind schon komplett von Express gemacht. Die machen das komplett automatisch für euch. Header ist im Endeffekt sowas wie Statuscode, Mindtab. Also, sende ich gerade hier JSON zurück oder sende ich, äh, HTML zurück oder was genau ich eigentlich zurück sende oder vielleicht eine Datei. Wie auch immer, ähm, das müssen wir uns nicht drum kümmern. Das macht Express alles für uns, macht uns das Leben ein bisschen einfacher. Und das Ende, naja, auch alles gemacht. Das heißt, wir müssen uns im Endeffekt wirklich nur um den Inhalt kümmern, der dann am Ende auch wirklich an die Website zurückkommt. So, das ist jetzt also unsere App. Wenn wir das jetzt hier starten, ähm, ich mache das mal eben hier über die, ähm, über die Package JSON mache ich das mal. Ja, ähm, und wir sagen hier, wir wollen ein, ein Skript haben, ähm, das nennen wir jetzt einfach mal Dev, weil wir das nur im Development-Modus machen. Also, solange wir das Ding entwickeln, wollen wir das so ausführen. Und wir haben da schon mal ein kleines Tutorial bei mir gesehen. Das war damals noch in meinem normalen NPM-Tutorial, beziehungsweise halt im, im Java-Skript-Tutorial in dem Sinne. Ähm, und ich möchte das Ganze nämlich mit Node-Mon ausführen. Node-Mon oder Node-Demon, wie auch immer. Ich glaube, es heißt Node-Mon, weil es ein Monitor für Node ist, wenn man es so sieht. Aber, ähm, grundsätzlich, ich mag diese, ähm, Konfiguration mit Node-Mon, weil ich dann die ganze Zeit das Ding nicht neu starten muss, sondern weil es dann einfach automatisch neu gestartet wird. Ähm, ich klicke jetzt hier vorne einfach auf die Run-Umgebung. Dann wird hier einfach Node-Mon auf dem Express-Server, also myexpress-server.javascript ausgeführt. Und dementsprechend habe ich hier auch wirklich diese, ähm, ja, diese Datei, die hier ausgeführt wird. So, was jetzt passiert, ist natürlich, naja, erstmal gar nichts. Weil, hm, ich weiß ja nicht, was genau eigentlich laufen soll. Also, ich meine, das, das Ding nimmt jetzt zwar alle Requests entgegen und beantwortet sie allesamt mit Halo Express. Aber wo soll denn eigentlich meine Anwendung laufen? Also, auf was für Requests möchte ich denn eigentlich hören? Und, ähm, das muss ich nochmal in der nächsten Zeile angeben. Das heißt, ich sage hier einmal ganz kurz App.Listen. Und mit App.Listen, hier kann ich übrigens noch einen Port angeben. Wir sehen hier, ähm, ich kann sogar einen Pfad angeben mit einem String drin. Ähm, dazu kommen wir alles noch. Einen Port kann ich aber angeben und das ist sehr, sehr wertvoll. Denn ich kann hier sagen, okay, auf welchem Port, äh, Quatsch, auf welchem Port eine Zahl, auf welchem Port möchte ich denn hören? Ähm, und ich sage jetzt hier einfach mal 133, mal auf, ah, ja, mein Numpad ist mal wieder deaktiviert. Port 1337, ihr kennt mich, das muss einfach sein. Und, ähm, anschließend sage ich einfach mal hier, console.log, ähm, hallo? Server listening on Port 1337. Ich weiß, Port schreibt man theoretisch klein. Okay, ähm, und was jetzt passiert ist im Endeffekt, wir haben die App auch tatsächlich dazu bewegt, dass sie wo drauf hören sollen. Und wenn wir das jetzt speichern, ähm, hier unser Run sagt natürlich Server listening on Port 1337, weil, wie gesagt, das ganze Ding automatisch neu gestartet wird. Ich muss nicht neu starten, das macht alles Notemon für mich. Okay, wenn ich jetzt mein, äh, meine Website aufrufen möchte, also, es ist ja noch keine Website in dem Sinne, aber es ist quasi serverseitiges JavaScript, ja, und das, das hier läuft alles bei mir auf dem Server, und ich kann das jetzt von einem anderen PC theoretisch aus aufrufen, ähm, sofern ich denn hier eben sage, ich möchte meinen Localhost dazu verwenden, dass andere drauf zugreifen können. Das könnte ich jetzt schon so einrichten. Das heißt, ich könnte das hier schon auf einem, auf einem gehosteten Server laufen lassen und andere Leute könnten dann übers Internet eben kommen und auf diesen, ähm, Port 1337 zugreifen und dort dann schon sehen, was da eigentlich passiert. Und wenn ich mir das jetzt lokal angucken möchte, das brauche ich ja zum Entwickeln auch, dann kann ich hier einfach in meinem Browser localhost.1337 eingeben. Das hier hinten dran ist der Port, macht man normalerweise bei Webseiten nicht, die haben immer Standard-Ports, ähm, und localhost ist im Endeffekt das, was auf eurer lokalen Maschine gehostet wird, also verfügbar ist. Und da könnt ihr schon euer Hallo Express sehen. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal noch ein bisschen genauer an und gehen hier mal ganz kurz in die Netzwerk-Tools rein und, ähm, rufen hier mal nicht die Root-Seite auf, sondern wir rufen einmal, also wir sehen ja hier, localhost hat's gefunden, pagehook.javascript hat's gefunden, externalutils und so weiter und so fort, alles da. So, was wir jetzt machen ist im Endeffekt aber, wir rufen, ähm, Hallo Express auf. Und hier sehen wir, ähm, ich versuche dann gar nicht mal, mich irgendwie drum zu kümmern, sondern Hallo Express wird auch direkt gefunden. Das ist eine Webseite, die haben wir eigentlich gar nicht reingeschrieben. Ich kann hier alles reinschreiben, ja, also nur zur Demonstration, ja. So, ähm, ich kann hier alles reinschreiben, also auch diese Webseite, fdsnjk, bla bla bla, die wird von meinem Localhost gefunden, im Verzeichnis gnk irgendwas, ja. Die wird da drin gefunden, also Statuscode 200, okay, 200 bedeutet immer okay, 404 wäre zum Beispiel not found, das kennt ihr vielleicht, ähm, und 200 ist einfach der Standard okay. Request Method ist einfach ein Get, weil ich's im Browser aufgerufen hab. Das macht jetzt Express alles für mich. Ich muss mich quasi um gar nichts mehr kümmern und das liegt einfach daran, dass wir gesagt haben, hey, alles wird gefunden, gib einfach immer dasselbe zurück, hier hast du, was du zurückgeben sollst. Also, im Endeffekt haben wir das hier drin gesagt, hey, alles wird gefunden, egal was kommt, gib einfach Hallo Express als H1 zurück. Und das ist im Endeffekt das, was wir hier gesagt haben. Das ist unser allererster, sehr, sehr billiger Express-Server, aber natürlich auch definitiv ein Server. Und den können wir jetzt natürlich, ähm, schön, ja, schön gestalten, sodass wir hier noch sehr viel mehr machen können. Aber das ist eigentlich so ein bisschen das Grundprinzip, das solltet ihr auf jeden Fall verstanden haben und darauf kommen wir auch in den nächsten Videos wieder zurück. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.